test test one 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 go one one test one mike one mike one test one test one mike one mike 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 to check 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 to check to nice ladies and gentlemen welcome to tuesday evening ja es ist dienstagnacht muss man schon sagen die pbs server sind gerade online gekommen und zwar haben wir 22 uhr 21 service um 22 8 online gekommen und ich habe überlegt hast du noch oder machst du nicht nur online stream ich dachte ich weiß nicht mal ob alles stabil läuft deswegen probieren wir mal die off stream variante und ich bin jetzt live hier in den pbs server reingekommen und das ist wirklich mein allererstes mal wo ich jetzt diese spiel starten werde ich bin mega gespannt mega gehypt die props gehen raus dritte geht raus ich finde dass das potenzial von autos generell sehr hoch ist und das potenzial von lol autos und teamfight tactics unglaublich hoch sein kann wenn sie es schaffen diese sagen wir mal etwas umständlicheren vorgänger und diese etwas holprigere art meiner meinung nach von dotter autos umgehen das besser hinzukriegen dann haben sie es geschafft ich bin mega gespannt weil das wäre natürlich richtig 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 geil let's go so dann schauen wir mal was hier sache ist also play omg und da ist es teamfight tactics leute ich freue mich wie ein kleines kind mega nice let's go und es geht schon los btf man ging ja schnell match von teamfight tactics fishfall 8 vs 8 natürlich ich accept mir das ganze mega nice let's go und holy macaroni was hier los hat jemand neuen avatar ok 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 nice leute es geht los wir müssen unseren champion auswählen ok ich sing sehr schnell ich konnte mein champion gar nicht auswählen den haben wir bekommen leute wir spielen shen oder ist das geil ich freue mich leute ich freue mich ich freue mich das ist mega nice ok let's go shen steht überhaupt dass die musik so leise sound acht scheiße erste runde gewonnen so was haben wir hier attack damage chain west ok die chain west hat er genommen ok leute gehen mit darius raus hier mit darius raus er ist ein noble ich habe zwei nobles ein bisschen ok wein ist ein noble ja mein big fucking swall das kriegt wein ok können wir schon raus wo steht wie viele einheit nicht raus haben kann leute übersicht kann ich schon raushauen wein geht raus wein geht raus wo steht unsere kohle ich sehe nichts gerade ich sehe jetzt sofort er will zwar leute gg man gg auch sehr sehr gut ich sehe ich muss den überblick bekommen ich bin auf jeden fall ok und rechts ist das spielfeld wir sind ganz ganz unten rechts drei von drei aber umsteht jetzt drei von drei alles klar dann haben wir attack speed kriegt natürlich vain gg und main stellen wir noch ein feld nach vorne dass sie die gegner schneller angreifen kann alles klar let's go ah und shane hat schon thornnail holy shit man ok let's go oh ein pull auf shane super geil super geil der shane ist jetzt mit in die gegner ich liebe das geht jetzt schon gg gg leute ich bin richtig gehypt gerade mega nice leute gg dritte geht raus dritte geht raus kennt ihr das wenn ihr diese freude hat bei einem spiel ich habe das selten ich hoffe die hält er an ich hoffe die hält dann momentan ist sie sehr 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 groß warum geht die runde noch weiter niederlese op sagt jemand die trafe kommt zu mir wiederbelebung niederles wirklich stark momentan was ich so viel heilt sollte jetzt aber theoretisch staunen gehen oh mein gott ja sehr gut gg gg das hat er sollte er haben das sollte oh mein gott knapp oh mein gott war das knapp holy shit gg was ist das hier verstehe ich nicht ok 10 kassadin leute kassadin nummer 3 das heißt wir haben ein level 2 kassler er kriegt natürlich den stab und wir gehen mit kassadin raus stellen ihnen hier hin dass wir unsere backline ein bisschen verteidigen dann haben wir einen weiteren shen ok 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 wenn wir direkt angriffen leider meine der mit schillerin dafür haben auch war rausgekillt gg gg und wein hat das fast überlebt holy macaroni richtig op die leute wir dominieren dass wir gerade richtig gut so was geht hier ich nehme die beiden aber nur um zu schauen ob wir später eine synergie finden können mit kassadin ninja ninja trade is only active when you have exactly one of four ninja ninja scam plus 40 percent effect damage ok man darf nur einen ninja draußen haben schade schade meine winning streak ist vorbei zweite runde verloren von diesen all stufe zwei dahinten sich das richtig gg leute von kassadin tz Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, GG Sehr, sehr, sehr viele geile Aspekte Das Ding ist, ich hatte danach einen Freeze und bin dann nicht mehr rausgekommen Momentan, allein bei Twitch sind gerade wohl 200.000 Leute Zuschauer drin, die alle versuchen reinzukommen Ich habe hier eine Wartecue, die ist endlos Es steht zwar eine Minute, aber das ist natürlich Quatsch Ich gucke jetzt schon 20, 30 Minuten hier Versuche wieder reinzukommen Keine Chance, das war's GG, ich glaube nicht, dass ich heute noch reinkommen werde Schade, 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 schade Schade, schade Das heißt, wir haben eine Runde gespielt Immerhin hat man mir diese eine Runde gegönnt GG geht raus für diese eine Runde Ich freue mich auf mehr Ich freue mich auf mehr Bis dahin, hasta luego Viel Glück beim Reinkommen auf den PPS-Server Und wir sehen uns Mögen die Sets mit euch sein Ciao, ciao